Was haben tapfere Feuerwehrmänner und eifrige Pfadfinder, ehrwürdige Weitmänner und Bundeswehr gemeinsam? Richtig! Textile Kreationen aus der Stickerei Ernst Friedl in Runding. Der Oberpfälzer Familienbetrieb hat sich auf das Besticken und Bedrucken von Stoffen aller Art spezialisiert. Auch das Design und die Herstellung von Abzeichen, Namensschildern, Schützentalern, Urkunden und anderen Vereinsartikeln sind Kernkompetenzen des seit vielen Jahren sehr erfolgreichen Unternehmens. Friedl Junior ist der Meister der Pokale. Edle Kelche, verziert mit eleganten Gravuren, sind ein würdiger Preis für ihr Event. Ob Schützenkönig oder Eishockey-Champion, über einen Pokal freuen sich Sieger immer. Dank des erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnisses des hohen Qualitätsstandards sowie der individuellen Beratung ist die Stickerei Friedl ein absolut empfehlenswerter Partner. Stickerei Friedl – Kundenzufriedenheit garantiert!